Der Beginn von Kapitel 351 wirkt wie ein kompletter Fiebertraum, da wir im Kapitel zuvor noch bei Kurabika und dem Thronfolgekrieg waren und wir jetzt auf einmal komplett random in der Himmelsarena sind und plötzlich sehen, wie sich Hisoka und Krollo gegenüberstehen. Also ganz ehrlich Leute, ich werde den Hype von damals nicht mehr reproduzieren können, aber als die Spoiler zu dem Kapitel damals rauskamen, dachte natürlich jeder, das wäre ein Fake-Spoiler und als es dann draußen war, konnte man es noch immer nicht recht glauben. Denn nicht nur, dass es so unerwartet passiert, es wird auch direkt angekündigt, dass sie auf Leben und Tod kämpfen, bis einer stirbt. Und da gingen halt die unendlich langen Diskussionen und Theorien los, wie dieser Kampf enden würde und ob Torgashi wirklich eine der beiden interessantesten Personen überhaupt sterben lassen würde. Ja, wenn ihr es noch in Erinnerung habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr damals gedacht habt, als dieser Kampf rauskam, wer gewinnen wird. Und falls ihr es wirklich noch nicht wisst, könnt ihr auch in den Kommentaren gerne raten, wer gewinnen wird. Und deshalb bitte auch noch keine Spoiler in den Kommentaren. Ja, beide haben halt noch so viel, dass es zu erzählen gäbe, bei Grollo allein schon die Storyline mit Korabika und bei Hisoka die Verbindung zu Gon oder auch zu Illumi und Aluka. Es ist auch das erste Mal seit über 200 Kapiteln, dass man Grollo wiederseht. Ich meine, das müsst ihr euch auch mal vorstellen, das letzte Kapitel mit ihm erschien halt einfach 2007. Korabika hatte sein Nen blockiert und Hisoka hat alles getan, um einen Nenne-Exorzisten zu finden, das ihm schließlich auch gelang, als er Abigail auf Creed Island fand und ihn anheuerte, Korabikas Ketten in Grollo's Körper zu entfernen. Naja, es ist auch deshalb so ein bezeichneter Kampf, weil wir hier eben zwei Antagonisten haben, die gegeneinander kämpfen, was wirklich selten passiert und dementsprechend ist halt wirklich alles offen. Und es ist unmöglich vorherzusagen, wer von den beiden gewinnen würde. Und es zeigt auch noch einmal, dass Dogashi mit Hunter x Hunter mittlerweile wirklich in einem Status angekommen ist, wo er genau das zeichnen kann, was er will. Und das kann auch durchaus mal eine komplett neue Storyline sein, die einfach so mittendrin passiert. Ja, wer sagt uns also, dass es mitten im Schiffsabend nicht auch plötzlich ein Kapitel gibt, wo wir plötzlich Gonner oder Kiloer sehen, die gerade was ganz anderes machen? Es ist auch lustig, dass sie sich ausgerechnet die Himmelsarena als Kampfplatz ausgesucht haben, einen maximal öffentlichen Ort und dass Grollo ein Floormaster ist, ist auch eine interessante Nebeninfo. Aber das Lustigste ist wohl, dass die Moderatorin sogar den Kampf auf Leben und Tod bestätigt und die Masse das total feiert. Also so lore-technisch bin ich mir immer noch unsicher, was es mit der Himmelsarena auf sich hat, weil da ja auch nennöffentlich zur Schau gestellt wird, was eigentlich das größte Geheimnis der Hunter sein sollte. Ja, ich denke mir immer, dass die Zuschauer wohl denken, dass alles nur Unterhaltung ist, wie bei so einer Art Zaubershow. Ich denke aber, dass alle heute anwesenden Personen das bald beruhigen werden, denn das erste, was Grollo macht nach Kampfstadt, ist direkt mal den Schiedsrichter mit einer Antenne zu kontrollieren. Und nicht nur irgendeiner, es ist tatsächlich die Fähigkeit Black Voice von Shalnak, die er sich offensichtlich ausgeborgt haben muss. Und klar, ich meine, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber er kann sich ja easy die Fähigkeiten all seiner Kameraden ausborgen und dann quasi wieder zurückgeben. Hisoka realisiert auch direkt, ui, er hat mich wohl deswegen so lange warten lassen, weil er diesen Kampf und die Fähigkeiten, die er braucht, ganz genau geplant haben muss. Jetzt wird auch der Nachname von Hisoka in diesem Kapitel revealed, Hisoka Moro. Okay. Der Schiedsrichter selbst ist jetzt gar nicht wirklich eine Bedrohung für Hisoka, weil er ja nur ein normaler Mensch ist. Das Problem ist eher die Fähigkeit selber, denn Grollo hat ja zwei Antennen zur Verfügung und wie das nun mal so ist mit Manipulator-Fähigkeiten, reicht ein Stich an Hisoka aus, um den Kampf zu gewinnen. Hisoka muss also ab jetzt aufpassen, dass Grollo ihn nicht damit berühren kann. Ja, das hat diese Fähigkeiten, mit denen man Menschen kontrollieren kann, wie auch Illumis Fähigkeit zum Beispiel, immer schon relativ stark gemacht. Natürlich ist es dennoch nicht so einfach, den Gegner damit zu treffen, weil dieser sich ja mit Aura schützen kann. Ja, da erinnere ich an das Training von Biscuit of Great Island. Wenn Grollo 100% seiner Aura in den Angriff stecken würde, müsste Hisoka die Angriffsstelle auch mit 100% seiner Aura schützen, da es letzten Endes wie bei Haki in One Piece ist, also der Angriff mit der stärkeren Aura gewinnt. Ja, deshalb muss Hisoka immer gut abschätzen können, wo Grollo mit seiner Antenne hin zielt, um genau diese Stelle schützen zu können. Und das wird ihm durch Ablenkungen wie dem Schiedsrichter natürlich erschwert. Ja, die Fähigkeit ist vor allem auch direkt ein guter Konter für Hisoka selbst, der mit Bungee Gun zwar ziemlich gut im Fernkampf ist, er ist letzten Endes aber meistens dafür nutzt, den Gegner festzusetzen oder ranzuziehen und dann im Nahkampf zu töten. Durch diese Antenne muss er nun echt gut aufpassen, wenn er in den Nahkampf geht. Es ist allerdings auch fair, denn bei einem Kampf gegen Hisoka gilt eigentlich das Gleiche, wenn er dich einmal mit seinem Bungee Gun connected hat, bist du extremst im Nachteil, weswegen du eigentlich permanent Gyo benutzen musst und aufpassen musst, dass er sich nicht verbinden kann. Ja, Hisoka denkt sich dann auch gleich, ach diese Steuerer, Eintreffer und ich bin weg. Und vermutlich hat er mir das auch absichtlich gezeigt, damit ich ständig auf der Hut bin und dadurch ermüde. Ja, während der Schiedsrichter Hisoka dann ablenkt, kommt Grollo auch schon angerannt, um ihn in einen Nahkampf zu verwickeln, um die Antenne zu verpassen. Hisoka überlegt dann noch kurz, ob es überhaupt Sinn macht, den Schiedsrichter zu töten, denn dann hätte Grollo halt die zweite Antenne auch wieder frei. Letztendlich entscheidet er sich aber dennoch, den Richter zu töten, nachdem er ihn mit Bungee Gun weggeschleudert hat, um Abstand zu Grollo zu gewinnen, mit seinen klassischen verstärkten Karten im Nahkampf. Doch dann kommt ein Plot-Twist, denn der Schiedsrichter explodiert plötzlich und Hisoka kann sich gerade noch so vor einer Explosion retten, indem er sich zur Decke hochzieht. Ja, vermutlich hat er vor Beginn des Kampfes schon die Decke mit sich selbst connected, um sich im Notfall blitzschnell von einem Angriff zurückzuziehen. Doch die Frage bleibt natürlich, wie konnte der Typ jetzt explodieren? Denn Grollos aktive Fähigkeit ist ja gerade die Antenne von Shalnak und wenn wir uns zurückerinnern, war es so, dass Groller immer nur eine Fähigkeit aktiv haben kann und dazu noch immer die Seite seines Buches, in dem die jeweilige geklaute Fähigkeit drinsteht, offen haben muss. Er kann also immer nur mit einer Hand kämpfen quasi, was schon ziemlich krasse Restriktionen sind. Allerdings braucht man für eine Fähigkeit, mit der man andere Fähigkeiten stehlen und nutzen kann, halt auch dementsprechende Restriktionen. Er erklärt auch gleich, dass die Fähigkeit, mit der er den Schiedsrichter zum Explodieren gebracht hat, Sun and Moon heißt und er dafür tatsächlich beide Hände nutzen kann, wobei auf der einer Hand ein Minussymbol und auf der anderen ein Plus-Symbol erschienen ist. Ja, damit kann er alle möglichen Dinge stempeln und wenn beide Symbole aufeinandertreffen, explodieren sie. Je nachdem, wie lange die Symbole sich berühren, wird die Explosion sehr viel größer. Das Maximum liegt bei 5 Sekunden und so eine Explosion würde die gesamte Arena plus Publikum wegfegen, während die Explosion, die gerade eben passiert ist, die kleinste Explosion war. Also eigentlich eine echt komische Fähigkeit, weil du im Prinzip Leute brauchst, die sich opfern. Es ist also eine Art Fähigkeit für Selbstmordattentäter und Kroler meint auch gleich, dass er die Fähigkeit aus seiner Heimat hat. Für sich allein genommen finde ich die Fähigkeit sogar so schlecht, dass ich sie unter die 10 schlechtesten Nennfähigkeiten gereiht habe. Das Video dazu findet ihr in der Endcard. Ja, das Krasse ist aber, dass diese Fähigkeit bereits tatsächlich in Kapitel 102 im York Nuark einmal angediest wurde, als über die Phantom Brigade und Meteor City gesprochen wurde. Ja, das Motto von Meteor City war immer, wir akzeptieren alles, was ihr hier abwerft, aber nehmt uns nie etwas weg. Und als einmal eine Nation jemanden aus Meteor City zu Unrecht angeklagt hat, hat Meteor City Suizidatentäter geschickt, die sich in die Lüfte gesprengt haben, um sich zu rächen. Ja, jetzt wird klar, dass das mit dieser Fähigkeit passiert sein muss. Also richtig krass, was für parallelen Dogashi hier wieder zieht. Und obwohl ich sie für sich allein genommen, wie gesagt, nicht so geil finde, weil man halt immer sein eigenes Leben opfern muss, finde ich sie in Kombination mit der Antennen-Fähigkeit natürlich jetzt mega OP. Denn Krollok kann Leute kontrollieren, ihnen die Stempel aufdrücken und sie dann dazu zwingen, sich vor Hisoka hochzujagen. Ja, jetzt bleiben natürlich noch zwei Fragen. Und zwar, wieso kann Krollok plötzlich zwei Fähigkeiten nutzen und wieso erklärt er die Fähigkeit so detailliert? Ja, solch komplexe Fähigkeiten preiszugeben, hat natürlich massive Nachteile in einem Nennkampf. Das bemerkt auch Hisoka, weswegen seine einzige Gegenfrage ist, ey, willst du mich eigentlich veräppeln oder willst du mich richtig veräppeln? Ja, Hisokas einzigen beiden Schlussfolgerungen zur Zeit sind, okay, er lügt mich an oder okay, er nimmt mich nicht ernst. Also so wenig ernst, dass er mir sogar seine Fähigkeiten verrät. Ja, Krollok widert daraufhin jedoch, dass er einfach all seine Karten zeigt, weil ihm der Stil beim Gewinnen wichtig ist und Hisoka wissen soll, worauf er sich einlässt. Er verneint auch, dass er das Ganze nicht ernst nehmen würde. Und dann revealed er seine neue Fähigkeit Double Phase, mit der er ein Lesezeichen in sein Buch geben kann, um eine zweite Fähigkeit zu nutzen, die er sogar dann nutzen kann, wenn das Buch geschlossen ist. Somit kann er ab jetzt mit geschlossenem Buch immer eine Fähigkeit nutzen und mit geöffnetem Buch sogar zwei Fähigkeiten. Ja, Krollok erklärt seine neue Fähigkeiten jedenfalls ausgiebig und meint auch, dass ihm die Möglichkeiten und zwei Fähigkeiten zu kombinieren unglaublich neue Vorteile bringt. Und wie man an Sun & Moon und der Antenne bereits sieht, stimmt das ja auch. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht aber, hey, wie kann das sein, dass er einfach so seine Fähigkeit um so einen großen Vorteil erweitern kann, ohne neue Einschränkungen? Und er selbst spricht sogar an, dass die ursprüngliche Voraussetzung seiner Fähigkeit es war, das Buch immer in der Hand halten zu müssen, weshalb er auch nie Fähigkeiten nutzen konnten, die beide Hände brauchen. Er hat dies nun geändert, hat dafür aber neue, lästige Restriktionen, wie er es nennt. Und das Spannende ist, wir erfahren diese Restriktionen gar nicht. In der Hand der Community ist man sich aber mittlerweile relativ einig, dass so eine neue Restriktion ist, dass er jede Fähigkeit, die er damit nutzt, dem Gegner erklären muss. Und das wäre halt gar nicht so abwegig, denn auch der Bomber im Great Island Arc hatte diese Restriktion bereits und es würde die Neukraft auf jeden Fall rechtfertigen. Und eben auch erklären, warum Krollok alles so offen und ehrlich erklärt. Ja, Nennfähigkeiten funktionieren ja oft mit Restriktionen, Beschränkungen und Schwüren und wenn du eine stärkere Fähigkeit haben willst, musst du auch stärkere Restriktionen einbauen. Kurapika ist ja das beste Beispiel dafür. Wir sehen das aber immer wieder bei komplexeren Fähigkeiten von anderen Charakteren, auch wie bei Kite, Chee-Do oder Knuckle. Tendenziell finden sich solche komplexen Fähigkeiten aber eher beim Typ Manipulation und Materialisation, weil diese Fähigkeiten dazu prädestiniert sind, sich komplexe Fähigkeiten auszudenken, während die an oberen Typen wie Verstärker oder Strahler halt eher sich Fähigkeiten ausdenken, wo sie einfach drauf haben und keine wilden Restriktionen brauchen. Ja, ein Beispiel zu so einfacheren gestrickten Fähigkeiten, bei denen es so ein Restriktionssystem, um die Fähigkeit stärker zu machen, eben nicht gibt, wäre Hisoka, Uwo-Chin oder auch Killor. Ja, diese neue Fähigkeit bestätigt dann auch, dass Krollok zu den Spezialisten gehört, die sich ihre Fähigkeit selbst ausgedacht und gebaut haben und bei denen die Fähigkeit nicht angeboren ist, wie es bei Neon oder Terror-Sandwich der Fall ist. Das war ja auch immer so eine Frage, die zu Verwirrung führte, aber wäre seine Fähigkeit angeboren, wüsste er weder die Regeln so genau, noch könnte er sie einfach so ändern. Aber die Erklärung ist noch nicht einmal zu Ende, denn Krollok will nämlich noch weiter ausholen. Das Thema zu Hisoka meint, er würde ihm noch drei weitere Fähigkeiten vorstellen und mit diesen insgesamt fünf Fähigkeiten würde er Hisoka töten. Und er könne stolz sein, das ist nämlich eine neue Rekordzahl an Fähigkeiten, die er zum Töten einer Person nutze. Und damit endet das Kapitel und es gibt erstmal viel zu verdauen. Ja, der Reveal von Krollos neue Fähigkeiten öffnet eben ganz viele neue Möglichkeiten. Und da er sich gezielt auf diesen Kampf vorbereiten konnte, könnte das für Hisoka übel enden. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen. Okay, tschüss!